so willkommen zu einer neuen folge pokémon go eine kleine infofolge denn gerade wurde ein teaser veröffentlicht und es gibt theoretisch neue infos zu den drei go festen die uns dann erwarten im juli august und so weiter die ultra bestien erscheinen bei den live events zum pokémon go fest was war da denn los jetzt haben wir ja gewusst beim weltweiten go fest wo wir in gera waren und ihr gespielt habe wo auch immer ihr gespielt habt da gab es ja an ego an ego war die allererste ultra beste die aufgetreten ist jetzt wurden weitere ultra bestien angekündigt zu den kommenden go festen live vor ort ich kann gleich vorweg sagen wir in berlin wir kriegen wir wieder mal den mist wir kriegen die schabe wenn man das so nennen will ich weiß die mädels sagen jetzt wieder was die ist voll hübsch die sie doch voll toll aus aber ich sag ne ich finde die zwei anderen auf jeden fall tausendmal genialer nämlich der große fette wrestler mosquito erst richtig stark oder dieser komische kabelsalat als elektro pokémon gefallen mir auf jeden fall richtig gut meiner meinung nach sind ja auch nützlicher und besser und ja aber wir sind ja in berlin und in berlin da musste hier berlin tag und nacht da passt natürlich diese hässliche schabe dazu diese elegante wir gucken uns jetzt mal ganz kurz den trailer an zusammen und dann seht ihr was da unten noch steht es gibt nämlich noch andere neue sachen die ich auch nicht verstehe aber die ihr mir ja gleich erklären können drücken wir mal hier drauf jetzt alle ab ins kino ne der neue marvel blockbuster ist draußen nein aber guckt euch nur dieses bild an dieser fette mosquito richtig brutal der kabelsalat richtig brutal und dann habt ihr hier nichts das ist berlin ne guckt ihr das an das ist berlin da kriegst du doch schon wieder die modden ne aber ihr freut euch ja ihr sagt sowieso ihr wollt alles raiden und alles mitnehmen von dem fetten moskito will ich unbedingt ein hunderter haben was ich der kommt ja auch weltweit macht euch keine sorgen wenn ihr nicht so viel reist oder reisen könnt alles kommt irgendwann ihr wisst eigentlich muss keiner ein go fest spielen denn alles was am go fest kommt und released wird kommt kurze zeit später dann auch weltweit ihr verpasst also nix ihr solltet nicht wegen dem spielinhalt zum go fest gehen nicht wegen den spawns nicht wegen den shinies nicht wegen den raids ihr sollt hin damit ihr einfach zehn millionen andere spieler sehen von anderen nationalitäten mit anderen sprachen die alle wild durcheinander wuseln und es Unglaublich ist einfach dieses erlebnis man erlebt zu haben so trainer uns erreichen immer mehr meldungen über ultra pforten die am himmel gesichtet wurden Auffällig ist besonders ihr gehäuftes erscheinen über berlin Seattle und Sapporo Das kann nur eines bedeuten weitere ultra bestien sind auf dem weg zu uns was sind ultra bestien genau Geheimnisvolle pokémon die aus der ultra dimension stammen Beim weltweiten pokémon go fest konntet ihr zum ersten mal der ultra bestie an ego begegnen Wie es scheint werden andere ultra bestien bald folgen Wie fandet ihr an ego wer hat alles ein hunderter an ego bekommen ich kenne einige ich habe keins Ich habe 96 als bestes ich habe jetzt nicht so viele an ego rates gemacht aber am zweiten tag Hat man die freien pässe schon für an ego genutzt war eigentlich unser plan kommt aber irgendwann wieder kann irgendwann anscheinend sein dann kann man ja immer noch an ego Müsste man sagen ist trotzdem die beste von den ultra bestien gewesen also die allerbeste und stärkste die am höchsten kommt auch von den bp ist schon Weg es kann jetzt also nur noch bergab gehen Und komischerweise zählen die drei noch Eigentlich mit vorne dazu was heißt wenn die jetzt weg sind Ist eigentlich alles uninteressant was danach kommt Nein die fette sandburg sieht auch gut aus Die live events zum pokémon go fest ziehen ultra bestien an trainer die an den live events zum go fest teilnehmen werden im rahmen ihrer spezial Forschung eine der folgenden bestien bekommen berlin schabelle Siedelmaskitto saporo Voldrian Nachdem diese ultra bestien sich zum ersten mal bei den events gezeigt haben werden sie später in der go jahreszeit auch weltweit erscheinen also macht euch keinen stress Neue bälle werden eingeführt Freut euch auf ultra bälle in pokémon go Teamwork schafft innovation nachdem ihr gemeinsam die ultra bestie an ego gestellt habt hat Ri vom go ultra forschungsteam Die gewonnenen erkenntnisse genutzt um einen ganz besonderen pokeball zu erschaffen Den ultra ball Die teilnehmer der live events zum go fest können die ersten seltenen exemplare dieser bahnbrechenden erfindungen rahmen ihrer spezialforschung Ausprobieren um eine ultra bestie damit zu fangen Das heißt wenn wir es bisher aber geschafft haben mit normalen bällen also mit premier bällen aus dem raid Eine zu fangen Dann sind wir eigentlich die wahren kings weil wir haben nicht diese super verbesserten ultra bälle Mit denen es leichter ist wir haben es auch ohne die ultra bälle geschafft das heißt Was soll uns noch passieren Ja die werden wahrscheinlich dann exklusiv immer für ultra bestien sein Also wenn ihr einen ultra raid aus einer ultra pforte macht Dann kriegt ihr halt automatisch diese bälle hingeschmissen Und könnt ihr dann drauf werfen wie bei einem legendären oder anderen raid pokémon eben die premier bälle Ich glaube nicht dass ihr die sammeln können und für was anderes nutzen können Die sind halt wirklich nur dafür da Tickets jetzt erhältlich okay wer noch kein ticket hat Gibt es noch leute die noch kein berlin ticket haben aber nach berlin wollen Gibt es noch berlin tickets überhaupt ich weiß es nicht Ich dachte die gehen rasch weg aber wahrscheinlich scheint immer noch welche erhältlich zu sein Unterschiedliche events gemeinsame boni Ticketinhaber für eines der live events zum go fest erwarten während des event zeitraums an dem Auf ihrem ticket ausgewiesenen tag die folgenden boni Ist auch nochmal schön alles zusammengefasst was ihr alles so habt Bei jedem fest wenn ihr dabei wärt Unabhängig von der stadt in der ihr spielt dort So 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 klingt schon wieder kompliziert hört einfach gar nicht zu Halbe schlüpft ist dann von eiern die während des events in die brutmaschine gelegt werden Überraschende begegnungen bei schnappschüssen Das ist das was ich meistens eh vergesse selbst an den community days Vergesse ich immer die schnappschüsse Eventfeldforschungen Events digger von pogestops ausgeschenken Konfetti auf der ingame karte Darüber hinaus können sich ticketinhaber bei allen live events zum go fest während des event zeitraums An dem auf ihrem ticket ausgewiesenen tag Auf die folgenden boni freuen Die trainer die an den events in siedl und saporo teilnehmen werden jedoch nur im park zugriff auf diese boni haben Vier zusätzliche spezial tausche Maximal sechs am tag Tausche Tausche kosten während des events weniger sternen stau Trades Tausche Tausche kosten auf jeden fall während des events weniger stau Der Satz macht schon sinn das wort tausche klingt nur komisch Vier Vier sammler herausforderungen die von den park bereichen vor ort inspiriert sind Weitere event boni Für trainer mit einem ticket für die events in siedl und saporo winken während des stadtweiden event anteils Außerdem folgende boni Teilnehmende trainer in berlin können die boni während des gesamten events nutzen Bis zu neun tägliche raid pässe durch das drehen der fotoscheiben von aren Mehr team go rocket ballons und zwei mysteriöse teile bei einem sieg gegen team go rocket rübel Haltet ausschau nach diesem pokémon Ultrabästien sind nicht die einzigen besonderen pokémon den ihr bei den live events begegnen könnt Relaxo mit cowboy hut werden in der wildnis erscheinen Jihah Steht natürlich jetzt nichts von shiny dabei aber theoretischen kostüm relaxo Wenn es relaxo shiny gibt jetzt mit kostüm mit hut Müsste eigentlich auch shiny sein dann Steht nicht dabei steht nicht dabei keine ahnung Ich gehe aber eigentlich davon aus dass das shiny sein kann Ansonsten lasst lieber nicht shiny sein relaxo mit cowboy hut was ist das incognito a b e l r s t und u Werden ebenfalls in der wildnis erscheinen mit etwas glück begegnet ihr sogar einem schillernden exemplar Was ist das für eine kombination schon wieder ich weiß es nicht Berlin heißt es auf jeden fall nicht Sapporo heißt es nicht Seattle S e a t l e Seattle kannst du damit buchstabieren Berlin kannst du nicht buchstabieren Und Sapporo kannst du auch nicht buchstabieren Wollen die uns Wofür steht Abelrestur Wer weiß das schreibt es mir in die kommentare Ansonsten war es das schon wieder Eigentlich ist gar kein platz das rauszuhauen Aber ich werde es wahrscheinlich trotzdem gleich noch raushauen Mal gucken ich freue mich auf jeden fall trotzdem auf den fetten moskito Und das stromkabel Das andere Für mich erstmal nur pokedex eintrag Aber die anderen die finde ich cool Was ist euer favorit und wie gesagt habt ihr ein ticket für berlin Seid ihr in berlin es kommt immer näher Wer jetzt noch keins hat warum habt ihr noch keins Oder warum seid ihr strikt dagegen euch tickets zu holen oder mitzumachen Das war es von meiner seite aus Wir sehen uns beim nächsten mal Bis dahin peace out vorhaut Euer Ramses und denkt dran 18 uhr raid mania mit Mewtwo Abelrestur